Leute, ihr seid eine wirklich verrückte Community und ihr habt immer wieder die krassesten Ideen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 1057 gibt es von YouTube Ali eingesendet einen Musiksequencer hier in Minecraft. Jetzt werdet ihr denken so, hä, was ist ein Musiksequencer in Minecraft? Das ist das hier. Und das ist eine ziemlich coole Idee, die ich persönlich sehr nice finde, aber die man auch weiterentwickeln kann, diese Idee. Und ich würde euch jetzt gerne heute in dieser Folge einmal das hier vorstellen, was YouTube Ali gebaut hat und euch gerne mal zeigen, was meine Idee ist, das Ganze weiterzuentwickeln. Wenn euch gefällt, dann lasst gerne ein Like da und unterstützt damit diesen Kanal beim Wachstum. Ich danke euch allen dafür und jetzt pass auf. Wir haben das hier. Das ist ein durchlaufendes Moment und wir haben hier ein Feld, in das wir Diamantenblöcke setzen können. Und mit den Diamantenblöcken können wir dann einen Sound erzeugen. Wir können zum Beispiel den Sound hier unten in einen Takt bringen. Jetzt haben wir einen durchlaufenden Takt. Ihr seht quasi, wir können Takt machen. So, und ich hatte jetzt eigentlich angenommen, dass das hier eine Drummaschine ist. Dass wir in anderen Spuren unterschiedliche Instrumente machen können, unterschiedliche Sounds machen können. Aber mir ist folgendes aufgefallen. Und zwar, wenn wir hier mehrere Blöcke sitzen, haben wir eine chromatisch aufsteigende Tonleiter. Ihr merkt, die Tonleiter geht immer von unten nach oben. Das ist cool, weil wir natürlich jetzt hier Wildblöcke platzieren können. Weißt du, das Ding denkt sogar daran, dass sich hier oben nichts aufplatziert. Aber dadurch entstehen komische Tongerüste. Also wir sind ein bisschen limitiert in dem, was wir machen wollen. Also quasi die Idee ist wunderbar genial. Aber wir sind ein bisschen limitiert. Limitiert halt, das Problem, was uns hier limitiert, ist gar nicht mal das hier, auch gar nicht mal der Beat-Sequenz, sondern einfach die Tatsache, dass die Töne vorgegeben sind. I mean, wir können eine wunderschöne Tonleiter bauen. Die können wir variieren. So, das klingt dann sogar auch schon schön, ne? Ist nicht schlecht, oder? So, aber die Frage ist jetzt, kann man das Ganze weiterentwickeln? Und irgendwie finde ich diese Idee so klasse. Leute, gib mir mal eine Sekunde. Ich habe da eine Idee, wie man das weiterentwickeln kann. Ja, genauso wie ich es mir gedacht habe, funktioniert das hier. Also quasi, es war irgendwie klar, dass es so funktionieren wird, dass man hier unten Verstärker hinpacken kann. Man kann nämlich auch hier unterschiedliche Tempi, Tempori, Tempi, Tempi einstellen. Ich kann zum Beispiel sagen Doppelspeed. Und dann geht es viel schneller. Es dauert ein bisschen und jetzt geht's los. Das klingt, wie wenn du ein Computerspiel spielst und so kurz vorm Verlieren bist oder so. Das ist sehr, sehr nice gemacht. Und wir sehen quasi, hier unten läuft das Ganze mit Verstärkern, die durchlaufen. So, aber nochmal. Ich glaube, dass man da was ziemlich Geiles draus machen kann. Deshalb, gib mir eine Sekunde. Ich bereite mal eben was vor. Also gut, der erste Schritt ist es erstmal, fünf Linien zu ziehen. Ha, was das wohl werden könnte. Aber wir wollen das Ganze schlau machen. Hier ist das jetzt quasi so gemacht, dass wir wirklich für jede Position einen Command-Block haben. Das heißt, hier sehen wir quasi Observer und wir haben einen Command-Block. Und da ist wahrscheinlich ein Test drin. Genau, der guckt quasi, if Block Diamant-Block, dann spiele den Sound ab. Ich glaube, dass wir das wesentlich kompakter lösen können, indem wir quasi eine Art Algorithmus in Minecraft bauen. Der scannt das jetzt. Und beim Scannen soll er dann Notenblöcke abspielen. Ihr denkt, das ist kompliziert? Ist es nicht. Ich zeige euch, wie es geht. Alles, was ich brauche, sind tatsächlich erstmal nur diese Command-Blöcke, die wir haben. Wir haben jetzt alles erst das hier. Das ist ein super, super wichtiger Command. Denn der macht folgendes. Er killt als erstes etwas, was wir Scannen nennen. Und dann erstellt er etwas, was wir Scannen nennen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf diesen Knopf drücke, wird immer ein Scan erstellt. Das ist quasi eine sogenannte Marker-Entität. Das ist in Minecraft eine Besonderheit. Man kann sogenannte Marker machen. Marker sind quasi unsichtbare Objekte. Und ich habe jetzt gerade an diesen Koordinaten hier, das ist genau dieser Block hier, an dieser Stelle habe ich jetzt so einen unsichtbaren Marker namens Scanner erstellt. Das heißt, immer wenn ich darauf drücke, egal wo er gerade in der Welt ist, wird er gelöscht und wird da hingesetzt. Und jetzt haben wir hier eine Reihe von Command-Blöcken. Die macht folgendes. Erstens, schiebe den Marker ein Stückchen nach rechts. Zweitens, mache den Block vor dem Marker zu blau. Drittens, mache den Block bei dem Marker zu rot. Das heißt, wenn ich den Knopf jetzt hier drücke, dann seht ihr, wird dieser Block hier rot. Wenn ich ihn nochmal drücke, seht ihr, wird der nächste Block rot und rot und rot und rot. So, was wir natürlich jetzt auch machen können, ist, wir können diese Command-Blöcke per Abfolge machen. Das heißt, wenn ich jetzt das aktiviere, dann seht ihr, ja, seht ihr jedes Mal, wenn ich auf diesen Knopf drücke, wandert hier ein rotes Ding. Seht ihr das? Das geht durch die ganze Reihe durch. Natürlich ist jetzt ein bisschen unangenehm, da, wo der Marker zuletzt stand, das ist jetzt quasi, ihr seht quasi, da bleibt das jetzt quasi rot. Das können wir jetzt mit einem relativ einfachen Trick beheben, indem wir einfach quasi vielleicht noch hier einen weiteren Knopf dran anhängen, dass wir sozusagen hier sagen, da, wo gerade der Marker quasi zuletzt gestanden ist. Das müssen wir mal ganz kurz eben hier in richtige Sequence bringen. So, so, so. Also bevor wir den Marker killen, sagen wir da, wo der Marker gerade ist, mach bitte blauen Concrete hin. So, das heißt, dann können wir jetzt zum Beispiel jetzt den Marker ein bisschen laufen lassen. Jedes Mal, wenn ich ihn jetzt resette, seht ihr, wird das wieder blau. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal ein System gebaut, mit dem wir eine Vorwärtsbewegung haben. Und der nächste Schritt ist folgender. Und was ich jetzt gemacht habe, ist dieses Ding hier. Dieses Ding hier setzt quasi hier immer einen Redstone-Block. Das ist dafür gemacht, dass wir einfach ein halbes Tempo wählen können. Also, dass es nicht so ganz schnell ist. Und ihr seht, ich habe das Ding jetzt schon mal in sogenannte Takte unterteilt. Also, immer in vier Schläge. So, und jetzt kommt der interessante Teil. Und wir sind fertig. Und es war gar nicht mal so kompliziert. Was wir jetzt nämlich gemacht haben, sind einige Command-Blöcke hinzugefügt. Und die sehen vielleicht jetzt kompliziert aus, sind es aber nicht. Denn wir gehen wieder zu unserem Scanner. Der bewegt sich ja die ganze Zeit her. Und jetzt gucken wir quasi, ob zum Beispiel vier Blöcke von dem entfernt, in diese Richtung, also zum Beispiel an dieser Stelle, ein Block ist. Also, wir gucken quasi, ob da etwas anderes außer Luft ist. Das heißt, alles, was nicht Luft ist, ist ja ein Block, der da ist. Das ist egal, welcher Block es ist. Und wenn an der entsprechenden Stelle ein Block ist, dann soll ein spezieller Ton gespielt werden. Und zwar entsprechend der Ton nach Tonskala. Wir haben C, D, E, F, G, A, H, C. So quasi, wie es im echten Notensystem ist. So, und jetzt können wir theoretisch hier Blöcke platzieren und müssten tatsächlich was hören können. Zum Beispiel haben wir jetzt hier E, 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 G, E, C. Haben wir jetzt quasi eine kleine Melodie mit Noten quasi gesetzt. Und wenn wir jetzt auf Start drücken, dann müssten wir die hören. Bereit? Super, oder? Es hat funktioniert. So, aber das Beste von allem ist, das Beste von allem, von all dem ist, dass wir mehrere Töne gleichzeitig spielen können. Ja? Das heißt, wir können tatsächlich hier mehrere Akkorde bilden. Zum Beispiel, ähm, ich kann euch immer was bauen. Also wir können zum Spiel, da, da, ah, ich hab kein H. So, wir bauen einfach mal eine ganz simple, stupide Akkordfolge. Die einfach schön klingen soll irgendwie. Keine Ahnung, ob die schön klingen wird. Aber ey, ich find das so insane, dass das einfach geht, Leute. Aber wir müssen natürlich immer den richtigen Abstand bahn. Ähm, aber jetzt können wir quasi richtige Akkorde machen. Das heißt, wir können jetzt Noten schreiben in Minecraft. Das haben wir gerade erfunden. Wir haben Noten schreiben in Minecraft-Blue macht. So. Und können tatsächlich ganze Akkord kommen, wieder zu machen. So, was wir jetzt haben, ist eine kleine Dreiklang-Akkord-Geschichte. Hören wir mal rein, wie es klingt. Achtung, fertig, los. Ja, ein bisschen aus Super Mario Bros. Dan, 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 dan. Und wir können auch so einen Rhythmus bauen. Dan, da, da, dan, 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 dan. Können wir quasi, wir können zum Beispiel, ähm, das hier machen. Also quasi, wir können jetzt variieren. Äh, und darauf etwas dann spielen. Wir können mal gucken, wie sieht's aus. Ah, okay, wir müssen neu starten. Wir müssen den Song neu starten. Achtung, ready, set, go. Super, oder? So, und darauf können wir zum Beispiel jetzt, äh, kleine Musikstücke machen. Okay, ich hab jetzt einfach mal ein kleines Beispiel gemacht. Ich hab mir das Beispiel noch nicht angehört. Ich hab jetzt einfach mal so, wie ich Noten schreiben würde, Noten geschrieben. Wobei, die Noten sind nicht von mir, sondern die sind von, hören wir mal rein. Ach. Ne? Ja, ihr habt's schon gemeint. Das Cedou Préludium von Bach, beziehungsweise das Ave Maria von Gounod umgesetzt. Aber ihr merkt, wie gut das funktioniert. Also, ich bin gerade echt impressed. Wie gut das funktioniert, Leute. Ey, wir haben mit nur diesen paar Command-Blöcken ein Notenbearbeitungsprogramm in Minecraft gemacht. Wir können jetzt Worldedit nehmen, das Kopieren einschfügen. Wir könnten theoretisch, könnte man jetzt, äh, ne, ne, mehrere Stimmen nebeneinander machen, mehrere Instrumenten. Und ihr seht quasi, das, das ist möglich in Minecraft. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, Noten zu schreiben. Und Leute, ich will was sehen. Also, macht was gern draus. Aber mit dieser Engine und mit dieser Technik, überlegt mal, was ihr für einen kranken Sch*** hier in Minecraft machen könnt. Ey, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Und, ähm, ey, ich bin, ich bin echt impressed. Also, was das so gut funktioniert, ne? Wir können ja simultan einfach auch alle Töne gleichzeitig spielen. Und, äh, damit dafür sorgen, dass sich Bach im Grabe umdreht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.